okay dann heil ich mich halt einmal so das letzte kapitel hier der beweis der beweis so jetzt kommt das schwierige ich wette mit dir dass wir es nicht schaffen ich möchte mit ihr mit treffen ist okay lag da ich noch irgendwas zu werfen drin sicher okay sie schon nur leere pappbächer so kommt jetzt mal aber die stadt denn jetzt hier wieder muss man das jetzt kommen halt ich nicht ewig zum scheiß wir müssen diese drei an diese drei hervorgehobenen teile diese generatoren in betrieb nehmen und dann kommen jeweils zu wellen von zombies genau drei große wellen oder die ja also kommt die erste machen jetzt hier wir müssen zusammenbleiben und sonst schafft wir das gar nicht ja ja kommt dann ja ich wasser dann habe ich jetzt aktiviert nein du musst er länger drauf drücken starting davor verteidigen sie sich was geht hier ab bitte nicht aber kommen auch hier hoch wie denn ja hier drüben ist ein leiter ich war einfach mal einen schönen sexy sagt mir war eine bombe angebracht ist na jetzt noch nicht ganz am ende du meinst du in der welt am ende oder bei der letzten bei der allerletzten ich sag's dir dann schon lol macht den smoker weg ja ich muss nachladen also weiter nächste ja ja jetzt kommen noch ein haufen weiße tanks hier müsste jetzt gleich noch mal eins kommen es ist ihr gescheitert dass die shop dann nehme nö halte ich mann ja sicher da ist ein paar wie viele aus es hält wie viel er schluckt wir haben nicht weiter schießen so sieht es aus ach so haben wir schon da drüben ist hanta 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 wo denn wo denn wo denn wo denn mach ihn weg ich sehe ihn nicht mehr so lamp ist an da oben hängt so eine leiche am balkon ne da denke ich immer da ist irgendjemand das ist ein schönes konzert das ist ja das was das also warte mal komm mal her komm mal zu mir her wenn wir jetzt den letzten da aktiviert haben müssen wir dazu der brücke hin dann oben so einen knopf drücken dann fährt die brücke hoch die wird aber dann in der mitte irgendwann stehen bleiben und einer muss sich dann opfern und den generator hier noch mal neu anschmeißen einer Teng 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 alter das ist so krass pass auf die Stücke auf die ihr da wirft ok ist doch nicht raus soll nochmal schnell Muni mitnehmen das macht dann der von uns beiden der weniger Zeug hat ja vor allem weniger Gesundheit das ist scheißegal eigentlich hauptsache er schafft es dann auch da kann man es nicht schaffen doch das schafft man eigentlich schon weiter fertig aniu jajajajajaj es hier unten war noch ein buchen ich weiß es nice ist dieser richtig geiles säbel oh ja also schmeißen wir an ich mach schon schau du auf monster das ist auch noch mal so ein geiler siebel also läuft doch ganz gut oder jungs go go los ich schaue dass ich von hinten so ein was machen da ist übrigens louis kälbel lol der ding kommt hier hoch er müsste schon daraus macht ihr denn ja was soll ich denn mache ich kann nicht mehr weg von dem scheiß ich komm nicht mehr weg von dem fiel okay erst da und jetzt helft mir erzählt mir doch ja ich komme ja nicht mehr in der amt wo ist der andere jetzt hin gesprungen wer hilft er dir runter gesprungen mein gott ja wir müssen du musst sie nicht heilen ich muss mich heilen ich hatte 30 helf ich wäre langsamer gewesen wenn die nicht gehalten hätte weil ich jetzt dann nur noch ich kann mir eigentlich sprach und ich hatte gerade folgen ja bei mir leckt sie ganz wo denn wo denn wo denn wo denn wo ist hoch ja hier die leiter hoch wo ich die hochkomme alter warum geht das denn nicht ja der kleine spaß machen sie sich für den echten kopf vielleicht wissen wir verarschen alter wieso komme ich da nicht hoch ich habe es gemacht er kommt brücke hoch die brücke ist schon um was schon alles leute müssen wir noch mal so toll aktivieren ja einer muss alter nice habe ich ist auf der anderen seite sowas auch einer muss sich jetzt opfern wieso kann man nicht tun gewaltig macht es ich sehe ich selbst du ist davor noch mal ein alternativen stadt ja ich mache es ich mache es ja es geht schon nicht mehr ich geht es noch sogar noch eine ruhenschaft abholen wo ich bin gar nicht da wer leute jetzt geopfert hast du jetzt aktiviert dann habe ich das aber nicht auf normal gespielt das war dann schwer oder ne das war jetzt wirklich easy ja wenn du halt die tacks nicht in die arme läufst ich meine wenn du einmal drin bist dann hast du verloren naja schon klar naja leute dort war die folge voll kurz neun minuten naja tschau ich muss jetzt ausmachen